Musik In unserem Museum geht es ja hauptsächlich um die Erklärung von Menschheitsevolution. Wir wollen zeigen, dass unsere Menschheitsgeschichte selbst auch sehr vielfältig ist. Und wir wollen das ein bisschen durch die verschiedenen Aktionen, die wir heute hier haben im Neandertal-Museum, das unseren Besuchern ein bisschen näher bringen. Der Mitmach-Workshop Vielfalt gewinnt, soll dazu dienen, sich auseinanderzusetzen mit der eigenen Kultur. Also was macht mich aus, wo komme ich her und natürlich auch, was verbindet mich mit allen Menschen auf der Welt und wo gibt es vielleicht auch Unterschiede, wenn ich auf Menschen treffe, die aus einer anderen Kultur kommen. Es ist wirklich schön, dass Besucher auch kommen und wirklich mitnehmen von dem Museumsbesuch, dass unsere Menschheitsgeschichte und unsere Menschheitsfamilie einfach auch sehr vielfältig ist. Das ist wirklich schön, dass unsere Menschheitsgeschichte und unsere Menschheitsgeschichte und unsere Menschheitsgeschichte und unsere Menschheitsgeschichte. Das ist wirklich schön, dass unsere Menschheitsgeschichte und unsere Menschheitsgeschichte und unsere Menschheitsgeschichte und unsere Menschheitsgeschichte.